Musik Okay, dann werden wir euch jetzt mal unsere Reiseroute in Costa Rica vorstellen. Auf der Karte seht ihr die Route und ich erkläre jetzt mal genau, wo es hingeht. Details dazu, die gibt es natürlich dann vor Ort. Also wir werden erstmal von Frankfurt nach Costa Rica fliegen, werden die erste Nacht in der Hauptstadt verbringen und dann am Folgetag mit dem Mietwagen in das Kaffeedorf Orosi fahren. Das liegt im gleichnamigen Orosital und dient erstmal so ein bisschen zum Akklimatisieren vor der Reise in dann doch etwas wärmere und schwülere Gegenden. Im Orosital gibt es den Tapanti-Nationalpark, den wollen wir dann an einem Tag besuchen. Ein Schutzgebiet im Bergregenwald bis Nebelwald und das wird so unser Einstieg in Costa Rica sein. Dann geht es weiter nach Boca Tabada. Das ist eine Urwaldregion in der karibischen Tiefebene. Die Karibik lassen wir ja im Prinzip aus, also zumindest die Küstenregion, aber die karibische Tiefebene werden wir eben trotzdem in Boca Tabada erleben. Danach reisen wir in die Vulkanregion Arenal, sind da noch zwei Tage und werden dann am Arenalsee vorbeireisen Richtung Rio Celeste, den wollen wir uns noch anschauen und von dort dann weiter nach La Cruz reisen. La Cruz ist im Norden Costa Ricas, im Trockenwald an einem angestauten Fluss und da werden wir dann drei Tage verbringen und von dort weitere Ausflüge machen. Die Ausflüge werden wir aber vor Ort, das werden wir vor Ort entscheiden, was wir genau machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da werden wir dann während der Reise von berichten. Nach diesen Tagen in La Cruz werden wir dann ins Schutzgebiet Monte Verde und Santa Elena fahren. Auch da sind wir wieder zwei Tage und anschließend geht es dann an die Pazifikküste nach Uvita. Da werden wir dann auch den Nationalpark Manuel Antonio besuchen. Der ist natürlich sehr bekannt und wahrscheinlich auch sehr touristisch, aber nichtsdestotrotz, wir sind da, wir wollen den auf jeden Fall mitnehmen, wollen den sehen. Und da sind wir dann auch nochmal drei Tage in der Region, bevor es dann nach Drake Bay geht. Das ist quasi das Tor zum Corcovado Nationalpark. Dort werden wir drei Tage verbringen. Das heißt, einen Tag haben wir wirklich eine Tour im Corcovado Nationalpark geplant. Der zweite Tag ist aktuell noch nicht verplant, aber unser Ziel ist es, tauchen zu gehen. Und zwar auf der Isla del Caño. Da haben wir uns schon mit einer Tauschstule in Verbindung gesetzt und wir hoffen, dass das auch alles so klappt. Ja, und von da geht es dann leider nach drei Tagen auch schon wieder langsam zurück Richtung Hauptstadt. Wir werden den Rückweg antreten und werden dann noch zwei Tage im Tal des Göttervogels sein. Das ist San Gerardo de Dota. Da verbringen wir dann, wie gesagt, noch zwei Tage, bevor wir dann wieder in die Hauptstadt zurückreisen, das Auto abgeben und dann aber noch eine Nacht in der Hauptstadt verbringen. Ja, damit wir so ein bisschen uns auf den langen, langen Rückflug vorbereiten können. Und das wird dann unsere dreiwöchige Rundreise durch Costa Rica sein. Alles Weitere erfahrt ihr dann vor Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017